Schalott Charlotte Seidel, a girl that grew up in Bamberg, Bavaria, Germany and Planet Earth. Ich kannte Charlotte Seidel als aparte Erscheinung, die, ja, also, klar, also, glaube ich auch, ja, also, glaube ich auch, Leute, also, Jungs, wenn sie beliebt waren, aber, also, ich kannte sie als aparte Erscheinung, mit der man, klar, mal reden konnte über, ja, was sie halt so gemacht hat, so Kunst oder so Maltechniken, glaube ich, habe ich mal mit ihr geredet, aber, ja, also, ich kenne Charlotte Seidel als aparte Erscheinung, mit der man, klar, gut, gut reden konnte, auch, was sie halt so gemacht hat, so Kunst, so halt, da, reden konnte über Maltechniken und sowas, aber, klar, weiß ich schon, also, es gab auch, glaube ich auch, gegen sie verliebt waren oder sowas, aber, ja, also, ich kenne Charlotte Seidel als aparte Erscheinung. Mit der man auch, klar, gut reden konnte.